guten tag das ist eine e mail an nexial wird jetzt mal abgeschickt ich bitte um eine windows dvd zum installieren von betriebssystem windows 10 oder 11 mit bitte um preisangabe heute ist sonntag hoffen wir mal damit eine antwort kommt oder ich zumindest ich gebe bescheid ist nur dann ist der andere habe ich mich glatt vertippt ich habe auf senden geklickt das hat die bm steht schon unten noch privat aber ja setzlos hat gepiepst verfehle mal ausfüllen bitte auf alle gelder firma karlte bmg ist da steht sogar schon drin das war jetzt ein abschicken das war jetzt mal oberleister aber wir schaffen es noch vor 1 23 aber 142 werden wir geschafft haben zwölf sekunden noch aber ich habe und highspeed 500 mbit deshalb ist auch verständlich damit er noch rechnet zum abschicken dieser e mail jetzt ja dankeschön geschafft nein doch